Endlich habe ich Klarheit und kann Euch noch Detaillierte meiner Einnahmen mitteilen. Guten Morgen! Es ist wieder ein Monat um und Zeit für einen Einblick in die konkreten Einnahmen des Monats. Ich mache dies ja nun schon seit Anfang des Jahres bzw. des vorigen Jahres und ich werde dieses auch solange es gewünscht ist weiter tun. Dazu einfach wie immer ein positives Feedback per Daumen oder Kommentar abgeben. Das Tolle diesmal ist, dass ich endlich eine Bestätigung seitens Youtube erhalten habe, dass man seine Werbeeinnahmen als Summe posten darf. Man darf keine speziellen Kennzahlen aus Analytics posten, aber die Gesamtwerbeeinnahmen, was die meisten Menschen interessiert, was man mit der Youtube Werbung verdient, das ist in der Tat erlaubt. Danke auch an dieser Stelle an die zahlreichen Hinweise von Eurer Seite die mich mit Links versorgt haben. Aber letztlich die letzte Überzeugung hat mir dann doch einen Youtube Supporter geben können so dass ich ab dieses Mal auch immer wieder jeden Monat meine Youtube Werbeeinnahmen mit Euch teile. Die ihr natürlich generiert habt. Denn jedes Mal wenn ihr auf die Werbung geklickt habt, wandert ein Centbetrag von der Tasche des Werbetreibenden in meine Tasche und dafür natürlich danke und jetzt könnt ihr auch jeden Monat sehen wieviel da in meine Tasche wandert. Aber wie immer gleich zu den Fakten, meine Einnahmen setzen sich diesen Monat aus den Youtube Werbeeinnahmen zusammen, aus den Amazon Affiliate Einnahmen, den Patrons dieses Kanals, Buchverkäufen und den Gesprächen die ich führe. Aber an dieser Stelle einfach mal ein fettes Danke an all die Menschen die ihren Support auch per Brief oder Überraschungspaket senden. Da gibt's dann auch gleich noch ein kleines Unpacking das mache ich am Ende des Videos. Generell auch für alle diejenigen die mich neu abonniert haben, ich habe im Februar vorigen Jahres dieses Projekt gestattet, dass ich nicht mehr erstmal wie bisher meinen Lebensunterhalt verdiene und meiner Verantwortung für die Gesellschaft nachkomme, deren Wert ich nicht oft teile und dann schaue was ich mit meiner restlichen Zeit mache, sondern den Spieß mal umgedreht und einfach nur noch das mache was ich liebe. Dafür entsprechend meinen Lebensstandard auf 200€ unter dem Existenzminimum geschraubt und dann offen hier jeden Monat darüber berichtet. Ob es letztlich möglich ist bei Youtube mit etwas wie den Menschen zu helfen und die Welt auf seine eigene Weise zu verbessern und die geistige Evolution der Menschheit auf seine eigene Art voranzutreiben seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und auch die Frage kommt ob ich kein Bedenken oder ein ungutes Gefühl habe derzeit monatlich zwischen 50 und 300€ aufstockend vom Sozialamt zu erhalten. Nein natürlich nicht. Nicht nur weil ich mein Leben lang so großzügig da eingezahlt habe, dass ich bis zum Lebensende das Geld nie wieder vom Staat bekommen könnte, sondern weil das Geld sinnvoll eingesetzt ist. Wenn ich als gelernter Betriebswirt irgendwelche gesellschaftlichen Kreisläufe mit meiner normalen Arbeit unterstütze nur um keinen Betrag aus der Gesellschaftskasse zu erhalten, da schade ich sogar der geistigen Evolution, welche wesentlich wichtiger ist als irgendein Tauschmittel. Und auch immer die Frage hast Du da kein schlechtes Gewissen? Auch hier ein klares NEIN. Vor wem soll ich da ein schlechtes Gewissen haben? Vor einer Gesellschaft die Tiere und Menschen gleichermaßen ausbeutet und quält, die Lebewesen die nicht unserer Art angehören zusätzlich noch töten und essen? Ein schlechtes Gewissen? Was für eine verzerrte Moralvorstellung müsste ich da haben nur auf einen derartigen Gedanken zu kommen? Nein! Ich arbeite nach meiner Überzeugung hier an einer besseren Welt und schaffe Werte die wahrhaftig und real sind. Ich helfe Menschen anstatt sie auszubeuten. Das mal dazu, also Gesamteinnahmen dieses Monat sind 740€. Das bedeutet um nochmal das Thema Geld aus der Gesellschaft aufzugreifen, bekomme ich diesen Monat 90€ aus der Gesellschaft über das Sozialamt als ALG II ausgezahlt. Mein Existenzminimum beträgt 830€ wovon ich Miete, Krankenversicherung und Essen zahlen könnte. Ich gebe allerdings nochmal 200€ von den 830€ als Unterhalt für meinen Sohn freiwillig ab. Ich kann Euch sagen, das ist nicht leicht logischerweise, aber es ist möglich und ich sage das als jemand der bis vor 7 Jahren noch im 5stelligen Bereich monatlich verdient und entsprechend den Lebensstandard gehabt hat. Aber ich bin jetzt viel glücklicher und zufriedener als jemals in meinem Leben zuvor. Ich kann Euch nur wirklich animieren den Mut zu haben, das zu tun was ihr wirklich liebt und wovon ihr überzeugt seid, dass es das Richtige ist und dann zu schauen ob ihr nicht irgendwie davon leben könnt. Vergesst Eure Standards. Ich habe selber bis vor anderthalb Jahren ein oder mehrere Autos hier in Deutschland gekauft und ebenso wie unsinnige Geländewagen oder sinnbefreite PS starke Protzerkannen gefahren und ich habe eine Wohnung mit über 200qm für mich alleine genutzt. Ich habe alles nur bestellt und dieses luxuriöse Leben nur mit Mausklicks finanziert. Ich sehe Menschen monatlich und vor allem jüngere Menschen immer wieder in dieses Schema reinrutschen. Dass sich das als erstrebenswert ansehen. Was ja auch von außen ständig in uns eingeimpft wird. Wie toll es ist große und schnelle Autos zu fahren, wie toll es ist einfache Arbeit und viel Geld damit zu kommen, wie toll es ist reich zu sein, überall an jeder Ecke wird man diesbezüglich geprägt. Seinen Lebensstandard zu halten oder auszubauen ist das was in Deutschland an dem alles gemessen wird. Ja nicht den Lebensstandard verringern müssen, sondern immer ausbauen oder mindestens halten. Ich war reich, ich hatte Familie, ich hatte Karriere, ich hatte alles. Ich war angekommen wo die Menschen hinwollen. Aber dieses Licht was sie hinter dieser Tür erwarten, das ist nicht da. Mit jeder Tür die man öffnet, wenn man wieder seinen Lebensstandard gepusht hat, da kommt eine neue Tür. Und dann wieder eine neue. Ihr vergesst vor lauter Lebensstandard das Leben selbst. Das Leben selbst ist JETZT und immer da und immer wunderbar und immer vollendet. Ich habe alle für sinnvoll erachteten Türen geöffnet die man sich mit Geld kaufen kann. Da ist nichts. Hinter keiner Tür ist etwas. Alles ist da bei Euch in Eurem Herzen. Glaubt mir egal wie schwachsinnig, esoterisch oder dumm sich das in Eurem Mindset für Euch das sich jetzt anhört, bitte hört auf diesen Ratschlag. Oder zumindest notiert meine Erfahrungen irgendwo in Eurem Kopf. Vielleicht sind sie an diesen Punkten in Eurem Leben nicht relevant, aber irgendwann anders werden diese Gedanken, wenn ihr Euch erinnert, der Idiot mit den Dreads, dieser Öko, dieser Veganer bei Youtube der so schreit, der hat doch mal was gesagt, vielleicht ist das irgendwann mal der Katalysator für eine wirklich bewusste Entscheidung die Euch zurück ins Leben bringt. Sorry dass das Video wieder so lange wird, aber es ist mir einfach soo wichtig das immer und immer wieder zu sagen, wo war nicht stehen geblieben, also 740€ diesen Monat und davon fallen 246,88€ auf Youtube Werbeeinnahmen. Das heißt diesen Monat habe ich durch die Werbung durch die Werbeklicks 246,88€ bei Youtube verdient. Wobei man sagen muss, jetzt am Monatsende sind wir noch 2-3 Tage hin und das sind auch immer nur geschätzte Einnahmen seitens Youtube, das heißt es variiert immer noch um ein paar Euro. Aber ungefähr ist das so die Zahlen, Euch ist bestimmt scheißegal ob ihr jetzt 5 Euro mehr oder weniger ist, einfach mal die Relation zu wissen, wieviel Aufrufe derjenige hat oder sich das an den Fingern auszählen kann was er verdient, welche Abonnentenzahlen oder was auch immer euch das durch den Kopf geht, dass ihr da mal einfach eine konkrete Zahl habt, was ich rein von Youtube Werbeeinnahmen bekomme. Die konkreten Zahlen, also die endgültigen Zahlen aus den Youtube Werbeeinnahmen bekomme ich über AdSense erst 20 Tage nach dem Monatsende. Ich freue mich dass ich nun neben dem wichtigsten Punkt, also die Gesamteinnahmen meines Projekts War Spirit auch immer wieder die gestellte Frage nach den monatlichen Werbeeinnahmen seitens Youtube auch beantworten konnte und auch kann. Danke an dieser Stelle auch nochmal, dass ihr auf die Werbung klickt die Euch da halbwegs interessiert und auch dass ihr über Amazon einkauft, dass ihr über einen Link von mir zahlt. Danke auch dafür und entsprechend auch andere Affiliates die ich nutze, Harexco nutze ich jetzt auch als Affiliate und wenn ihr einen Harexco Mixer kauft und vorher einfach auf den Harexco Link klickt von mir, alles da bekomme ich immer einen Anteil. Und diese ganzen Affiliates, da habe ich auch diesen Monat über 300€ damit verdient, danke auch nochmal an alle die mein Projekt, auch wenn es nur 1€ monatlich ist. Auch wenn es nur 1€ monatlich ist, über Patreon oder entsprechend Dauerauftrag von Sparkasse zu Sparkasse aktiv finanziell unterstützen. Ihr seht da zwar jetzt nur 1€ also 87 Cent im Monat, ich sehe aber da einen Menschen der bereit ist völlig freiwillig, ohne dass er irgendetwas müsste, sagt ey ich gebe dem was, ich unterstütze das Projekt mit 1€ pro Monat. Das sehe ich, ich sehe den Menschen, ich sehe nicht den Euro und sage, ich habe jetzt nur 70€ oder 80€ bei Patreon derzeit im Monat, sondern ich sehe die Menschen, was man nicht tun muss, was so was besonderes ist freiwillig zu geben. Und danke eben auch an alle netten Briefe, Pakete oder energetischen Supporte durch Wünsche und Liebe. Und passend dazu möchte ich mich jetzt auch schon verabschieden und aber eben auch ein kleines Unpacking Video eines Pakets von einem Zuschauer euch präsentieren. Bei den Briefen weiß ich auch nicht immer ob ich das vorlesen darf, weil das teilweise doch recht private Zeilen sind und da achte ich einfach Eure Privatsphäre, weil nicht jeder damit so offen umgeht mit seinen Gefühlen wie ich das tue und halt an einem anderen Punkt ist. Wenn ihr das explizit möchtet, dass ich Eure Briefe vorlese oder wenn ihr es erlaubt, dass ich Eure Briefe vorlese, wie gesagt das kann natürlich sein, dass euch das egal ist bzw. das gerne möchtet, weil ihr meine Reaktionen auf die Briefe wissen wollt oder auch bei Paketen wenn ich sie aufpacke, Überraschungen oder was auch immer, dann schreibt das einfach mit dazu. Und dann kann ich selber frei entscheiden, ob ich das vorlese, ob ich das mit ins Video nehme oder eben nicht. Also ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Unpacking Video von einem Paket was mir jemand von euch geschickt hat und denkt daran Daumen hoch, wenn ihr weiter monatlich über meine drei monatlichen Einnahmen informiert werden wollt, dazu müsst ihr mich natürlich abonnieren. Alles Liebe und nun viel Freude mit dem Unpacking Video. Euer Christian. Tschüssi. So. Ich habe ein Geschenk von euch bekommen, also von einem von euch. Ich habe den Namen mal hier weggemacht, weil ich nicht wusste ob die Person das möchte oder nicht möchte. Ich bin total gespannt. Ich freue mich natürlich über jede Art von Geschenken. So. Also danke schonmal an die Person, ich sage es mal jetzt nicht und hier ist noch ein Brief drin. Kann ich euch natürlich auch nicht zeigen, aber ich lese es vor wenn es irgendwas Liebes ist. Lieber Christian, wir senden dir aus Thüringen einen frischen Gruß. Du bist für uns eine Bereicherung und als Übernachtungsgast herzlich willkommen. Das war bestimmt auf meinem Video wo ich gesagt habe wo ich durch Deutschland wandere und die Adressen sammle. Und jetzt habe ich eine weitere Adresse. Also danke ihr wisst ja wer ihr seid. Das ist so lieb. Vielen Dank. Also ich komme auf jeden Fall bei euch vorbei wenn ich in Deutschland rumwandere. Einfach nur Danke. Schauen wir mal was hier drin ist. Und ich sehe schon das ist vom Lebegesund Versand habt ihr das geschickt und das ist natürlich mega. Das ist natürlich die beste Qualität die man in Deutschland zu kaufen bekommt. Das Gemüse oder das Obst oder je nachdem was mir geschenkt wurde. Das ist so dass das nach den Richtlinien angebaut wird wie ich es auch selber im Garten machen würde. Das heißt da ist null Dünger drin, null Pflanzenschutz. Also wirklich einfach perfekt. Also wie gesagt Lebegesund. Ich kann es mir leider nicht mehr so häufig leisten. umso schöner umso mehr freue ich mich natürlich dass ich jetzt hier beschenkt wurde. So Grünkohl und noch was ist drin Petersilie Spinat Grünkohl. Eine riesengeile Kombination frisch und einfach geil. Jetzt kommt schon wieder die ersten Dach. Oh das ist jetzt eine Plastikverpackung. Drauf geht es schissen. Ich freue mich. So und ein riesen Ding. Rote Beete, frische Äpfel und wie gesagt wenn ihr die kostet, egal was ihr hier von gesund esst. Es schmeckt wirklich immer richtig richtig geil. Wie aus dem Garten. Das ist wirklich kein Scheiß. Es schmeckt wirklich wie aus dem Garten. Und ja dann eine Ananas. Sehr geil. Möhren, Orangen. Boah. Ich will sogar noch was drin. Krab. Geil. Also super. Weiter geht's. Ah. Ach Mensch, das ist ja. Es ist nie Weihnachten. Es ist nie Weihnachten. Ach sicher Weihnachten. Ach Mensch. Das kann ich doch gar nicht wieder gut machen. Das kann ich doch niemals wieder gut machen. So. Yeah. Noch eine Ananas. Sehr geil. Nochmal Grünkohl. Ach sie ist einfach. Ach ihr seid die Besten. Bananen. Da bin ich mal gespannt ob die Bio Bananen anders schmecken. Weil die haben sie natürlich auch nicht angebaut. Bei Lebe Gesund. Sondern die haben die nach Lebe Gesund Standards quasi anbauen. Aus anderen Ländern. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber ich warte natürlich erstmal bis die reif sind. Aber dann bin ich gespannt. Und wieder Äpfel. Also nochmal liebe Familie. Deren Namen ich mal jetzt hier nicht sage. Herzlichen Dank. Und ich freue mich total. Es ist mal wieder Weihnachten für mich. Und wie gesagt wenn ich meine Deutschland Wanderung mache. Ich komme bei Euch auf jeden Fall vorbei. Alles klar. Bis zum nächsten Mal.